Kings of Rechtschreibung Einen wunderschönen guten Abend zur ersten Sendung Kings of Rechtschreibung im Jahr 2016 Live aus der Aula des Captain Igloo Gymnasiums Das Jahr hat kaum angefangen und wir können Ihnen jetzt schon heiße Favoriten auf den Titel präsentieren. Die Jury hat sich überzeugt. Alle in der Sendung vorgestellten Kandidaten weisen ein Höchstmaß an Rechtschreibkreativität aus. Starten wir gleich mit einem der Favoriten. Eine sehr fantasievolle Kreation. Man weiß noch gar nicht, wie man es aussprechen soll. The Seconds oder The Toast? Ja, oder man spricht es The Toast. Oder The Toast. Dreimal ist das Wort Challenge dabei. Die Bunker Challenge? Überrascht mit der Endung. Aber ich kann dir einen heißen Tipp geben. Mit neue Challenged haben wir meiner Meinung nach einen Titelanwärter. Sehr kreativ. Eine 180 Grad Droink muss man üben. Die ist nicht angeboren. Mein Eingeber PS3 Server. Das Modell wird bestimmt auf manchem Frühstückstisch die Eier geben. Mein Handy ist gerade verschwundet. Verschwundet ist die Kombination aus verschwunden und verwundet. Sehr interessant. Früher sagte man, das rockt. Aber heute heißt es... Kratzebeats. So drückt man Begeisterung für gute Musik aus. Ich bin mir sicher, dass auch dieses Jahr das Wort Special einige Special Schreibweisen erhält. Ja, das war Kings of Rechtschreibung. Die erste Quali 2016. Um Risiken und Nebenwirkungen dieser Sendung zu vermeiden, lassen Sie sich blitzdienzen oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.